Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Schweizer Flussführers. Heute schauen wir uns den Kanal an, der vom Rheintal in den Wallensee fließt. Es ist die Seetz. Sie kommt aus dem Weisstannental und erreicht bei Mels das breite Trogtal. Hier wendet sie sich westwärts weg vom Rhein in Richtung Wallensee. Da die Seetz meistens zu wenig Wasser führt, muss man für Regen- oder Schmelzwasser hoffen. Wir hatten nie genügend Wasser, um oberhalb Flums einzuboten. Der Ausstieg ist am Wallensee. Die Seetz sollte mindestens 3 m³ pro Sekunde an der Messstelle in Mels haben. Dies ist das erste Mal für mich auf diesem Bach ohne Regen. Es gibt auch einen oberen Einstieg bei Mels. Ein guter Teil der Strecke bis Flums ist jedoch kanalisiert. Wir steigen etwas oberhalb des Dorfs Flums ein, wo der Bach etwas mehr Raum in seinem Bett erhalten hat. Es gibt ein paar Kehrwasser bei gemächlicher Fließgeschwindigkeit. Dies macht den Bach zu einem guten Kandidaten für Anfänger für erste Erfahrungen auf Fliesgewäss. Zwischen Mels und Flums gibt es zahlreiche Wasserfälle von beiden Talseiten, welche mit dem Wasserstand bis Flums helfen. Die 3 m³ pro Sekunde in Mels sind nun 5 geworden. Wenn man an der Getreidemühle vorbeifahrt, hat man den Dorfrand von Flums erreicht. Rechtseitig ist grösstenteils Industrie mit Flumrock der bekanntesten. Sie fabriziert Gebäudeisolationen. Von hier aus hat man auch einen schönen Ausblick auf die sieben Kurfürsten. Von rechts nach links sind dies Kesseruck, Hinterruck, Sibnenstoll, Zurstoll, Brisi, Frümsel und Selun. Durch das Dorf ist die Sez wieder mehr kanalisiert. Aber man findet immer noch Kehrwasser zum Üben. Da wir hier immer abends unterwegs waren, es dauert nur 1-2 Stunden, gibt es auch immer Zuschauer am Ufer. Das Klärwerk links markiert das Dorfende. Auf dem Hügel links kann man von hinten eine Ruine sehen. Hier fließt auch die Schilis von links hinzu. Bei Regenwetter führt sie rotes Wasser. Wenn man zurückblickt, sieht man eine Kapelle auf dem Felsen auf der anderen Talseite. Dies ist Berschis, die älteste romanische Kapelle der Ostschweiz. Der Ort soll spirituelle Kräfte haben. Das Tal öffnet sich mit Wiesen auf beiden Seiten. Nun hat man einen Schießplatz der Schweizer Armee erreicht. Manchmal machen sie Schießübungen über die Sez. Daher sollte man sich vorgängig informieren, ob Werktagspaddeln auf der Sez möglich ist. Am Horizont erkennt man die hohe Autobahnbrücke zwischen Chur und Zürich. Von da ist es nicht mehr weit bis in den See. Auf den letzten paar Metern zeigt die Sez nochmals mit Kehrwasser und Wellen, was sie in sich hat. Mit dem richtigen Material kann das auch ausgenutzt werden. Erstmal auf dem See paddelt man mehr oder weniger in den Sonnenuntergang. Man muss sich jedoch nach rechts dem Hafen von Wallenstadt zuwenden, wo man die Autos parkiert hat. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Like. Und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick auf den Subscribe-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!